Ich möchte da jetzt mal was testen. Hoppala. Hoffentlich werde ich jetzt nicht von einem Monster angegrabbelt. Axt rausgraben. So. Die Holztrappen brauche ich jetzt wahrscheinlich nicht, hoffe ich. So. 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 So, wenn wir das jetzt nicht so machen. So machen sie es glaube ich ein bisschen kacke aus. Da klopft jemand an die Kette. Ich glaube das ist für dich. Ich erwarte aber niemanden. Ist für mich. Guten Tag. Ja, aber jetzt ist der Besuch plötzlich weg. Wir haben drei Feuerzeuge da. Fuck. Ich habe zwei Stück gefunden. Nochmal zwei Ladungen fertig. Zack. Und. Eins, zwei, drei, vier, 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 vier. Naja. Egal. Ich freue ich das auf keinen Fall. Wir sind viel zu begehrt. Ich weiß. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur was testen. Ey. Zombie-Tockra. Oh. Sie sind infiziert. Der Virus breitet sich aus. Schnauze. Ich will was testen. Meine Fresse. Cool, das geht nicht. Okay. Verdammt. Okay, das Lager ist schon ein bisschen. Wo ist er? Bisschen? Bisschen. Also wirklich nur so ein bisschen, ne? Ja. So, dann gehe ich mal in die Kantine was Happa Happa machen. Ah, ich habe ja noch zwei Kartoffel. Zwei Kartöffelchen habe ich ja noch. Zwei Kartoffel. Bett oder nicht? Moment. Sofort. Ich bin unterwegs. Bob. Bob, Bob. Ich brauche von meiner Tür auch mal eine Druckplatte. Eh. Ah, ich hab jetzt zwei im Inventar Der Geruch von verbrannten Vermisar-Morgen Kommst du dann einmal hoch in den Dingsraum und lässt deine fachfrauische Meinung ab Wir haben da hinten eine Treppe, das weißt du aber, ne? Oh Guck mal hier, die Tür dürftest du noch kennen Sehr schön Ah, ja, ja, die Tür ist mir ein Begriff Ich hab das jetzt erstmal so gebaut Nice So Die Tür hätte ich, würde ich jetzt Aua, die Tür würde ich noch einen nach drüben setzen damit es auch symmetrisch ist Und dann müssen wir gucken, wie wir das jetzt mit den Dings machen Mit der Farm Ich glaub, die müssten wir jetzt so langsam nach unten verfrachten Ja, wir müssen mal gucken mit den Tieren Wo wir die, äh, unterbringen Weil die Kühe Äh, haben sich schon ins Schafsgehege ausgebreitet Okay, das ist jetzt nicht so gut Würde ich mal sagen Würde ich mal behaupten Würde sie einfach mal Weil wir brauchen eh das Leder gleich Aber nicht alle Kühe Nee, nee Wir behalten ja die meisten Lass sie jetzt erstmal nochmal Liebe machen Oh ja Geil Äh Wenn die mich mal an die Kiste mit dem Essen lassen würden Hier dann nochmal Und dann hier Und da ist der Zaun im Weg Äh, Axt Ja, Schaf, hau mal ab Wird sie gleich getötet Obwohl, das lass ich, glaub ich, erstmal hier so auf Ah, Creeper No War nicht Schlimmes Aber, ey, ich hab Kohle gefunden Also der Creeper hat Kohle gefunden So ein bisschen Du, 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 du Ich hab keinen Platz mehr für die Kohle So, jetzt hab ich Platz für die Kohle Ah, da haben wir noch eine Spitzhacke So, wie komm ich hier wieder raus So, komm ich raus Na, hier sollte ja die Treppe hinkommen Hab ich noch Steintreppen? Eigentlich schon, oder? Da, 35 So Dann kümmere ich mich mal um das Feld Ja, Moment, ich streng mich nochmal kurz aus Ah, eh, eh So Ja, weiß nicht Wolltest du da schon nach unten irgendwie frachtrieren? Äh Können wir machen Weil es ist jetzt komplett fertig Boah, so Dann hau ich hier nochmal die Wände rein Da interessiert mich mal, ob Karotten und Kartoffeln auch durch Wasser abgebaut werden können Ja Dann werde ich nämlich eine Abbauanlage einrichten Ui Ja, hab ich bei mir auf dem Server auch gemacht Dann kam einfach nur die Frage Was ist das für ein komischer Platz? Der ist noch nicht fertig So, du schaltest die an und dann wird automatisch abgeerntet Ja, man muss es halt eigenständig wieder nachpflanzen Ja gut, das ist so der Nachteil, aber Aber man, man spart sich schon Zeit dadurch, dass man jedes einzelne anklicken muss Ist schon geil Das stimmt Äh, D Äh, eh, 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 nie So Ich würde mal behaupten Da stößt man sich ganz leicht den Kopf an Noch ein höher Äh Woher habe ich die Eisenschaufel? Keine Ahnung Äh, okay, das lassen wir dann so Nächster und ich, äh, ich brauche Cobblestone, genau Die Frage ist jetzt, wie wir die Tiere runterkriegen Mit Weizen Durch das ganze Gebäude, oder was? Müssen wir wohl Ich würde mal sagen Ich mache, äh, die Farm auf die andere Seite Also die, die, ähm, das Silo, das Futter-Silo mache ich auf die andere Seite vom Treppenhaus Da, wo wir noch gar nichts gebaut haben Ja Wer glaube ich am klügsten Ne? Ja, kannst du erst mal machen Schauen wir dann mal weiter Ob das überhaupt was dann so lassen Zack, zack Das kommt wieder weg Ähm Muss ich aber erst mal ins Lager Na egal Äh Das hier So Sind wir schon auf der tiefsten Ebene hier Ja, das können wir so lassen Zack, zack Zack Ah, die Katzen sind da Äh, das ist blöd Ja, die machen nur Unfug Haben die sich ihren Weg gebahnt Ja Weißt du, und sie fangen sofort mit dem Unfug an Nicht mal irgendwie so eine Verschnaufspause oder so Nein, gleich volle Dröhnung hier Direkt richtig ran, du Ich sag da mal nix zu Doch so inständig, dass das gewollt war Was denn? Dem Creeper Äh, komischerweise ist nicht viel kaputt gegangen Also ja, war total gewollt Okay War alles berechnet Und? Gesundheit Dankeschön Da hat der Creeper mir noch ein Virus mitgegeben Coopstone Da 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 Wo ist man Spitzhacke Wo ist meine Spitzhacke? Da ist meine Spitzhacke So So Könnte man eigentlich Noch so lassen Das passt doch so weit Die Erde da kommt noch weg Es wird wieder dunkel Ja So Also ich hier die Tür hin mache So Oh, kommt doch gut voran grad Ist doch schön Jetzt haben wir schon drei Räume Hier oben Und hier machst du jetzt die Äh, was wird das hier? Äh, das ist nur der Wartungsgang Ah, okay Das kann man dann sozusagen auch als diesen Notausgang sehen Weißt du, welch ich nicht meine Mit dieser Luke oben Ja So theoretisch So rein theoretisch So ganz rein ist theoretisch